Einmal gehen wir weiter zu den Tampa Bay Buccaneers, die haben dann vor allem den Offensive Lineup für uns gedraftet, der uns sehr gefallen hat, weil sie mit Graham Barton, Center, Guard, mal schauen, wo sie ihn hinstellen, jemanden gefunden haben, der ein Loch füllen kann in der Offensive Line, was aufgerissen wurde dadurch, dass sich Brian Jensen schwer verletzt hatte, deswegen retiren musste. Und da, also es gibt ja immer wieder Picks, die sind so ultra sexy und es gibt ja immer wieder Picks, wo man sagt, boah geil und vor allem auch mit der Situation mit Mike Evans und auch mit der Situation mit Baker Mayfield und das ist so ein Pick, der ist für mich genau in der Mitte, der macht unfassbar Sinn und der gefällt mir einfach sehr und ich glaube jeder in Tampa Bay, vor allem auf der offensiven Seite, freut sich über Graham Barton. Ja, im Endeffekt haben sie es ja dann nicht so gemacht, wie wir es glaube ich permanent gemockt haben, wir haben glaube ich Job Robinson in jeder Folge zu Tampa glaube ich gehabt, jetzt haben sie ja erst in der zweiten Runde bedient mit Chris Bresswell von Alabama, von daher, also du guckst halt noch ein bisschen drauf, ich finde sie haben auch so von allem etwas für sich getan, Offensive Line generell ja ein Thema bei denen gewesen, wie du gerade schon gesagt hast, Ryan Jensen weg, jetzt haben sie gerade Tristan Wirfs und Luke Goetheke glaube ich gerade da, heißt er Goetheke eigentlich oder Goetheke, wie spricht man das? Goetheke, glaube ich. Goetheke, Goetheke klingt jetzt dann zu. Ich mache da nicht mit. Tendenziell sage ich das ja, wenn ich versuche auf unserer Sprache falsch zu machen. Jalen McMillan. Finde ich super. Ist für mich, also ich habe heute nochmal die erste Halbzeit von dem Playoff-Game in Detroit, da ist halt Goodwin, da haben sie Trey Palmer und dann haben sie da Mike Evans stehen und Jalen McMillan ist ja dann noch einer dieser drei Right Receiver aus Washington, aus dieser sehr produktiven Washington Offense und ich habe mir nur aufgeschrieben, ich meinte, hey, das ist so ein Trio, was ich mir richtig gerne angucken werde und wo ich einfach mal gespannt bin, was aus den drei wird, weil sie alle, glaube ich, in einen ganz coolen Spot zugekommen sind, wo sie auch direkt gebraucht werden und ich glaube, Jalen McMillan, dann vielleicht der eine Receiver ist, der gar nicht so weit weg ist von den anderen beiden, wie wir das sehen, nur halt weniger Targets bekommen haben, weniger Production bekommen hat, aber sehr viel Skill mitbringt, der dann auch in der NFL genutzt werden kann. Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen. Ich finde, es ist übrigens die richtige Reihenfolge, die die Tampa Bay Buccaneers gewählt haben, nämlich Tackle for Edge, das haben die Dolphins nämlich andersrum gemacht und das finde ich die schlechtere Reihenfolge gewesen in diesem Draft, kommen wir dann am Freitag zu, übrigens da ist auch Job Robinson eingefallen, aber das klären wir dann am Freitag. Noch ein Pick, den ich sehr geil fand, ein Viertrunden-Pick, Bucky Irving, ist ein sehr, sehr guter Running Back aus Oregon, der sehr, sehr geflasht hat, über den hatten wir keine Chance zu sprechen, aber ich bin mir ein bisschen angeguckt, ist bei sehr vielen Experten auch wer weit oben, ich habe mir ein bisschen Tabern geguckt, der macht schon Spaß, also der ist ein cooler Spieler, also die haben einfach coole Spieler, die, glaube ich, sofort Playmaker sein können, einfach in den späten Runden bekommen, deshalb mag ich den Draft der Buccaneers. Ich muss ja eh sagen, wir bewegen uns bei den Buccaneers wieder bei so einem Team, das ja auch oben schon in solchen Draftsphären ist, ich glaube, die müssen dann auch, beziehungsweise die haben sehr, sehr darauf geachtet, wie das Board einfach für sie fällt und das dann sehr, sehr nach Need gedraftet, von daher bin ich gespannt auf diesen Wide Receiver Core, könnte echt geil sein, McMillen, so als den Rootslot-Guy. Einfach Talent, ich mag das einfach, wenn Teams es schaffen, in diesen späten Runden offensichtlich auf Skill-Positionen sich Talent dazu zu holen, der ihnen vielleicht ermöglicht, mehr zu machen, Tiefe zu holen, Produktion zu holen, vielleicht gewisse Spielzüge zu spielen, gewisse Skillset auszunutzen, das ist eine Sache, die man ja in den letzten Jahren bei vielen NFL-Teams beobachten konnte, die du einfach manchmal nicht zu oft machen kannst, weil du weißt einfach nicht, kennst du die Chiefs, wann du Nicole Hartmann mal benutzen kannst oder benutzen musst, das ist der Grund, warum ich auch den Luke-McCaffrey-Pick so mag, weil ich sage, hey, für mich kommt da ein sehr interessanter Spieler mit einem coolen Skillset rein, der dir nachher helfen kann, übrigens kommen wir bei den 49ers jetzt ganz am Ende auch zu, auch da sich jemanden geholt, wo du sagst, hey, vielleicht nicht nie die, vielleicht hast du mehr gebraucht, aber offensichtlich jemanden geholt, der einfach ein geiles Skillset mitbringt, wo du vielleicht mit deiner Offense nachher mehr machen kannst oder du mehr Antworten findest mit diesem Spieler. Vielen Dank.